Hey Leute, was geht ab? Ein legendärer Moment für mich. Die letzten Postkarten gehen jetzt in den Briefkasten. Yeah, seid dabei. Und ab. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und hoffentlich sehen wir uns am 20. Dezember in München bei unserem Jahresabschlusskonzert. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Channel und zwar genau hier. Liken könnt ihr hier. Bist du Bescheid? So machen wir das. Tschüss. Abonnieren. Kommentieren. Liken.